Und da sind wir mal wieder. Ah man, da kennt uns mittlerweile sogar noch ein Stückchen besser. Ja, scheiße. Es sieht doch aus, als ob man es hier noch findest, dass die Nacht unten bei mir ist, wo nur das Fernseh licht und die leuchten wird. Das ist mir egal. Oh, geil. Konzentrieren wir uns wieder auf FIFA heute gegen Werder Bremen mit der B-Mannschaft? Scheiße. Ja, relativ. Hab Tom und Castro gesperrt, aber da gibt ja eh keinen Menschen. Danke. Tschüss. Ich bin mal umgehorn, der läuft. Das Ziel finde ich, dass es hier drin so dunkel ist, obwohl es draußen schon teilweise sehr lichter Tag ist. Das kommt nicht allerdings, wo mein Handy ist. Nein, ich hasse wirklich nicht. Wir haben es mittlerweile 10 Uhr oder 6. Noch etwas weniger als 2 Stunden, bis du zum Arzt gehen kannst. Das ist ja so peinlich, wenn ausgerechnet so ein Werder Bremen unsere Kette jetzt bricht. So weit gelaufen. Oh, toll, jetzt habe ich ein Ohrwurm. Oh, nein. Sorry. Keine Ahnung. Wir hören uns das gleich einfach an. Und dann. Ich hoffe, wir zuhören. Wir hören uns jetzt den Jubel an. Schön. 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 Schön im Winter. Gewitter. Du denkst, du schießt da und nein, ich schieß den Tag. Kannst du noch nicht erst mal das rassistisch darstellen? Nein. 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 Kling. Bisschen. Alter. Boah. Jetzt wird wieder Arbeit im Nachhinein, das Ganze umzugehen. Was, Arbeit, wo, Arbeit, ey, alter, kein Faulnein, weil sie hier hätten schon die Rote dafür kassiert. Jetzt wird wieder Arbeit im Nachhinein, das Ganze umzugehen. Jetzt wird wieder Arbeit im Nachhinein, das Ganze umzugehen. Jetzt wird wieder Arbeit im Nachhinein, das Ganze umzugehen. Jetzt wird wieder Arbeit im Nachhinein, das Ganze umzugehen. An den Kommentatoren, wenn jedes Spiel beginnt und die dich so loben müssen, weil du einfach schlagbar bist. Jetzt wird wieder Arbeit im Nachhinein, das Ganze umzugehen. 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 in der bundesliga kann so ein wenig mehr und dann sage ich dir später Bescheid, wenn ich bin in einem Brach und ich weiß wie ein Arzt. Die Mutter wird ja nicht so weit geschehen. Wir fahren ja hin. Wenn du nach dem Spiel gehst und das was auch... ...müsste ja nicht kommen leider. Oder? Ne. Scheiße. Wir klären das gleich. Ja, ein Spieler im Fokus. Mammut. Ich glaube, da habe ich gedacht, sie sind ausgestorben. Ja, also ein Ice-Aid. Dann gibt es ja noch Mammuts. 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 Endlich. Wie heißt die Olle von dem? Keine Ahnung. Interessierte soll ich sagen. Ja, ich sage mal mit. Ne, äh, nicht so ein Opossum. die 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 gefunden und ist das das die Und wie Werner müsste? Ja, für den Sinn. Mal schauen, ja. Buh, 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 Buh. Na, macht sich Schaklemme offensichtlich. Jetzt war ich gerade vor. Scheisse Ecke. Obwohl er könnte wegwerden, muss er aber nicht. Halt er denn noch mal raus, ey. Ist gut. Das hat noch mal nicht so totes wie er sollte. Wie ist noch besser? Der ist zu weit heute. Der ist viel mehr leuchtig. Das haben wir auch schon getroffen. Schiri, wir wissen wo der Auto parkt. Das versteht so. Wenn man mit einem Programmierer sitzt. Weiß nicht. FIFA. Komm, wenn. Dann wäre es wieder durch. Die Rush. Und hätte es noch nebenbei in der Happy Hour eingekauft. Fanny. Kaffee. Kaffee. Der darf jetzt auch mal durchs Prinzen. Spring, spring, spring. Abstoß. Oh nein. Der ist zu fest, der geht dann hinterher um. Der war zu fest. Egal, du kannst direkt nicht vor dem Rohr. Hast du? Wer hat es gemacht? Er geht gar nicht auf den Garten, ich habe nur geschossen. Auch wieder eine krass Position, wo die Dings weg ist. Ich bin auch zur Seite, aber nicht. Mit schönen Essay aus. Mit was für einer Drehung, die auf einmal reinkommt. Passt doch. Den haben wir doch jetzt erst probiert. Ich glaube, so krass hat sich das Screening auch wieder mal ausgezeichnet. Daori. Schon. Leute. Daori. Daori, daori. 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 Ja. Ja, bei so einem Synchro. Dann passen wir nach oben schnell. Sonst hab ich jetzt das absetzen. Ist sie gar nicht? Die Farbe war zu groß, dass er nicht kommt wegen der Kommission. Das Ding hat auf jeden Fall heute einen guten Tag ab. Ich frage mich, wie das mit den Langebeln ist. Lassen wir noch mal die Pasta drauf hier. Danke. Ich würde mal sagen, jetzt sind sie nass. Wenns. Wenns. Das ist gar nicht mehr nachzugucken, ob der bei drin war. Wir hören nicht aus, wir sind weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5 zu 0. Wenns. 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 Wenns.